hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft let's play wir sind hier dabei unser lager zu bauen hier hatten wir mal wieder eine unschöne begegenheit mit einem mit einem wie heißt der letzten folge habe ich habe ich mir erlaubt unsere akazien setzlinge zu nehmen und die möchte ich jetzt auch gleich einpflanzen und zwar machen wir das ein bisschen außerhalb ich werde wo machen wir das machen wir das hier oder machen wir das drüben gucken wir mal ich möchte das bisschen außerhalb machen ich werde auch mal zwischen und folgen ohne euch hier diesen eichenwald abholzen oder vielleicht lassen wir dann auch keine ahnung aber vielleicht lassen wir ihn ich werde den akazienwald ja genau hier machen wir einen kleinen akazienwald genau hier machen wir genau die perfekte musik zum unkraut gehen überall ein das wichtig blumen aussammelten können Komm, wisst ihr was? Ich baue mir mal schnell eine Truhe. Ich baue mal schnell eine Truhe. Das geht doch so nicht. Wir brauchen... Wir müssen mal kurz das Zeug ein bisschen loswerden. Ach, wo haben wir denn jetzt keine Merkbank hier oben? Das darf doch nie wahr sein. So, jetzt hier haben wir wieder die Bergbanken. Die haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal mitgenommen. Und zwei Drohnen. Was war denn das jetzt bitte? Blöde Blumen, ey. Ja, blöde Blumen. So, wir müllen jetzt hier einfach mal kurz alles rein, bis wir... ...unser Lager haben. So, das reicht mal. Dann können wir nämlich jetzt... Hm. Dich auch. Und wir bauen uns noch eine Schaufel. ...eine Schaufel. Machen wir mal so eine Sticky. Machen wir mal nicht so viel hier. Und zwei Schaufeln. Hm. So, okay. Habe ich jetzt... Hm. Machen wir da drüben mal schnell unseren Akazienwald. Fangen wir mal an. Dass wir auch ein bisschen Abwechslung haben mit dem Holz, ne. ... ...denk man... ...den Bär was da rum... ...opper lang. Dem Bär wärs auch gefallen. Ja. Da. So. Machen wir hier mal... ...hm. Ein bisschen sauber. So. Das ist hier noch weg. Dann machen wir wieder... ...de Erde rein. So. Na du. Alles klar. Ja. Ich füge hier nicht. Ehrlich nicht. So. Und dann haben wir hier zwei Akaziensetzlinge. Die werden wir hier gleich mal aussetzen. Einer hier hin. Und der andere hier hin. Und dann könnt ihr jetzt wachsen. Da oben haben wir auch noch Birke. Und jetzt machen wir erstmal die Akazien. Dann machen wir hier einen schönen Akazienwald hin. So. Ich bin ein bisschen zu weit vom Mikro weg. Ich hoffe... ...man hat mich trotzdem noch gehört. So. Wir wollten hier weitermachen. Habe ich eigentlich... Glas irgendwo. Da haben wir auf jeden Fall Sand. Bauen wir uns mal hier einen Ofen, dass wir ein bisschen Glas machen können. Ja. Na... Was mache ich denn? Zwei Öfen reichen. Zwei Öfen. Zwei Öfen. Zwei Mal. Zweimal. So. das hier rein und die kohle und brennen wir uns mal ein bisschen glas aber so lange mal ob wir noch irgendwas haben zumindest sand wir haben ja kein sand aber ein ofen war toll hier haben wir sand nehmen wir mit sonst kommen wir hier noch nichts gebrauchen hier noch sand ohne ende haben wir alles mit hier hätten wir noch schaufeln gehabt na super noch ein bisschen mitnehmen ins deck so dann können wir uns da ein bisschen glas brennen ich lasse das so ja das sieht irgendwie cool aus hier haben wir dann kann man direkt reingucken so lassen wir das so dann rennst du mal was machen unsere akazien sind wir schon ein bisschen gewachsen noch mal kurz oh ja guck da ist schon einer seht ihr der hier muss noch wachsen wir lassen sie mal noch ein bisschen und es wird schon wieder dunkel oder es dämmert wir haben dämmerung ja dann werden wir mal vorsichtshalber mal das bett aufstellen mal gucken wir können auch nicht schlafen jetzt ja dann schlafen wir mal kurz welches bis dahin auch das glas fertig ja lassen wir mal noch ein bisschen brennen ich brauche das akazienholz ne wir machen jetzt mal folgendes ich habe hier noch das packen wir mal da rein das packen wir mal da rein ich brauche noch ein bisschen eichenholz dann machen wir nämlich auch mal das dachgebäck gleich wir werden ja wahrscheinlich zwei etage werden so 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 da ist immer schon wieder falsch ich möchte ja hier gerade rüber gehen so so und da würde ich dann ganz gerne in akazien boden rein machen so jetzt habe ich noch alles verbraten hier nehmen wir mal nochmal ein bisschen mit wir haben hier noch wenn wir nichts mehr haben holzen wir einfach unseren eigenen Wald ab was wir da stehen haben so du bist fertig jetzt will ich mal was schauen was sieht denn besser aus das hier nein wir machen das hier das sieht besser aus warte mal stopp dass wir das richtig schön verteilen einmal das einmal das dann brauchen wir auch ein bisschen weniger Glas so soll ja auch ein bisschen freundlich und lichtdurchflutet sein hier nicht immer alles so äh wie soll ich sagen so düster jawohl das sieht doch schon mal schön aus was man alles so für vorbereitungen machen muss wenn man hier wenn man hier eine Dorfbevölkerung haben möchte hier kommen ja dann Türen rein so das hat ja ganz gut gereicht so mal gucken unsere Akazien ich brauche das Akazienholz Akazierwachse ist da was wir haben doch Eierschalen 22 Eierschalen wir haben noch hoppela hoppela das sammeln wir jetzt gleich mal rein hier ja da haben wir vor unserer kleinen Höhlentour da war ja keine große haben wir da ein bisschen gewütet haben und so ein bisschen äh Futter besorgt ich hoffe mal dass wir da bald umschwenken können und nicht mehr unsere Schwäne schlachten müssen das wird nämlich nicht so ist nämlich nicht so toll so ich brauche Akazienholz tut mir leid wenn ich da ein bisschen drängeln so schön schön hier können wir nichts mehr geben dann werden wir die zwei jetzt mal fällen ja ja normaler wird schon die sport der hier auch ja ja das ist man das brauchen wir dann natürlich wieder setzlinges warten wir mal hier schnell haben wir schon einen bekommen ja wir haben werden wir natürlich gleich wieder aussehen oder ein pflanzen wir sehen das ja nicht da ist wieder einer du kommst dahin werden wir uns hier einen schönen akazien wald machen da haben wir wieder ein sehr schön ja das sieht jetzt alles noch ein bisschen bild aus ja das dach von die dächer werden wir so beibehalten wie es hier im dorf angefangen worden ist mit dem eichenholz wenn man auch die dächer machen das ist so ein bisschen gleich bleibt ok noch ein akazien setzlingen entsetzliche entsetzlinge dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten folge dann hier oben mal birkenholz besorgen jetzt wird es hier so ein bisschen parat haben ja jetzt seid es aber geizig ne da ist schon wieder einer gewachsen ok dann nehmen wir uns gleich mal und wir haben immer noch tag sehen aber auch klasse aus die bäume und er dies braucht sehr schön liegt hier vielleicht noch ein entsetzlicher akazien setzling wir gehen schlafen auf 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 schlafen gehen schlafen 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 schnell 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 warum läuft denn der wochen kann der heute nicht rennen schnell schlafen bevor die monster kommen gute nach ach Gott wir sind ja schon bei 21 minuten also gut dann würde ich sagen in der nächsten folge geht es weiter dann holen wir uns hier noch ein bisschen akazienholz warum liegt da meine axt rum hm mal hier noch pflanzen mal hier noch ein ein hoffen mal dass die jetzt dann auch wachsen da ist auch das sind sogar noch zwei hier noch ein hier noch ein hier noch ein und dann wäre man schön akazienwald bekommen also liebe freunde wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann machen das lager weiter bis später Ciao, ciao.